Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, wir haben wieder keinen Tempo-Schubtrank mehr. Da müssen wir mal eben gucken. Fünf Stück. Also nicht Schubtranks, sondern den Zauber meine ich natürlich. So, dann schauen wir auch direkt nochmal, was... Achso, genau, den müssen wir noch mitnehmen. Das ist der Schwebetrank. Und wir schauen auch direkt nochmal, ob wir... Da oben war der. Ja, wir brauchen noch einmal Tinte, das ist kein Problem. Und dann machen wir uns direkt nochmal einen neuen Trank davon. Sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt noch geangelt hatte. Nein, 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 nein. Du sollst jetzt keinen Zucker herstellen. So, schauen wir mal kurz. Ne, ich hatte anscheinend nicht mehr geangelt danach. Okay. Ich hatte aber, glaube ich, die Fischstäbchen verkauft, weil... Ahm... Oh, Moment. Bevor ich den Dünger hole. Hier, Name des Wählers eintragen. Aufgrund eines Einbruchs und Diebstahls wurde eine Notfallsitzung im Rathaus einberufen. Die Anwesenheit aller gesetzestreuen Bürger ist erforderlich. Bürgermeister Otto Soft. Okay. Nein! Vielen Dank, everyone, for attending on such short notice. As some of you have already heard, someone broke into Town Hall last night. The thief then broke into the display case and stole an archeological artifact. This is not an isolated incident. Cameron has reported disturbances at his consciousness center. The work of malcontents, I'm sure of it. Learn another word, Cameron. It may well have been malcontents, but until we know for sure, the Fairhaven Culture Committee will become the Neighborhood Watch. Hey! I volunteered for the Culture Committee, but I don't want anything to do with the Neighborhood Watch. Shh, Francis. It'll be fine. Now, I may just be a small-town rancher, but Otto, I don't think you can repurpose our tax dollars like that. I agree with Marty. But if our community isn't safe, then how will any of us lead our daily lives? We need the Neighborhood Watch. If you have concerns, come talk to me. But later, because I have a paperwork to do now. Mhm. Jetzt lauft doch nicht alle raus, Leute. Ja, das habe ich mich schon mal des Öfteren gefragt. Lass mich mal da durch. Ja, mit Bruno haben wir ja schon gesprochen. Ich dachte, der muss doch auch viel kommen. Ach so, nee, er war ja eigentlich schon voll. Äh, aber ich kann ihn anscheinend doch noch verbessern. Okay. Okay. Nein, nein. Warum sprechen die heute alle im Doppelpack? Li, li, li. Ja. 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 Ja, Kokosnüsse habe ich, äh, des Öfteren mal gefunden. Mit ihm muss ich jetzt nicht sprechen. Habe ich mit ihr schon gesprochen eigentlich? Nee. So, mit denen habe ich alles gesprochen. Wieso darf ich hier nicht rum? Hallo? Äh, so. Mit ihm habe ich auch gesprochen. Violet glaube ich nicht. Mit ihr definitiv nicht. Die muss ich noch anquatschen. Tja, ähm, keine Ahnung. Das weiß ich leider auch nicht. Er war gar nicht da, oder? Okay, wenn wir jetzt sowieso schon mal hier sind, können wir auch direkt nochmal in den Wald reingehen. Ohne Alraune ist da unten, sehr schön. Die schnappen wir uns natürlich auch direkt mal. Ähm, was haben wir denn hier noch? Mit ihm haben wir schon gesprochen. Angeln würde ich auch gerne nochmal, allerdings würde ich das gerne, ja gut, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, haben wir das Problem, da sind nur kleine drin. Äh, wenn ich wieder rausgehe, haben wir natürlich das Problem, dass die Fische, die großen Fische, die hier drin sind, plötzlich weg sind. Also würde ich sagen, die zwei, die angeln wir mal kurz gemeinsam. Das ist hoffentlich nicht ganz so dramatisch. Ja, und danach muss ich mal gucken, wen ich jetzt eigentlich überhaupt noch angesprochen hatte. Das ist ja immer so, äh, wenn die alle auf einem Haufen stehen, bin ich ganz ehrlich, äh, passiert es mir öfter, dass ich dann überhaupt nicht mehr weiß, wen ich jetzt angesprochen habe und wen doch. Ne, äh, wen ich angesprochen habe und wen nicht, so rum. So, wir waren eigentlich aber damit beschäftigt. Wir hatten den Brief gelesen, dann sind wir direkt drüber gepottet worden, ne? Wir müssen also noch den Dünger holen. Leider haben wir ja nur einen jetzt bisher. Oh, komm, nein! Und das mit dem Schwebetrank mal ausprobieren, ob man irgendwas mit dem Besen machen kann oder so. Weil die kommen halt alle mit dem Besen angeflogen. Und ich weiß nicht, warum, wieso, wieso? Aber bei mir funktioniert es nicht. Oder anders gesagt, ich kann den so nicht benutzen. So, wir haben außerdem Mittwoch. Das heißt, dass ich theoretisch auch Fischstäbchen verkaufen kann. Aber ich habe, glaube ich, jetzt gar keine, oder? Äh, ne, ich habe natürlich gerade gar keine. Toll. Mit ihm können wir auch nicht reden. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt erstmal nichts Neues. Ach, sie war gar nicht da, genau. Oder sie ist direkt wieder rausgelaufen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, da gibt es sehr viele Dinge im Leben. Ah, Wesley, hi. Ja, sag das auch mal über mich, bitte. Immerhin bin ich diejenige, die dich heiraten will, ja? So, dann schauen wir mal. Haben wir hier noch was zum Angeln? Dann, ja. Dann würde ich sagen, ich angle ein bisschen und wir treffen uns dann gleich wieder. Äh, wenn ich bei mir am Haus bin. So. Oh, quick. Ja, und da sind wir jetzt wieder. Gießen kann ich noch. Ich habe gerade mal geguckt. Aber leider, leider haben wir schon wieder kein Unkraut. So langsam geht es mir wirklich auf die Nerven. Äh, okay. Ich habe jetzt nur unten gegossen, aber er scheint das oben auch irgendwie mit angenommen zu haben. Keine Ahnung. Ja, wir haben auch nichts mehr. Ne, wir haben auch nichts mehr im Petto. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir noch sieben Stück herstellen können. Herstellen hört sich so blöd an, aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Hi, Kitty. Aber es geht mir wirklich auf die Nerven. Ich meine, gut, klar, ich habe ein paar Bete gemacht. Das hätte ich mir vielleicht sparen können, wenn man so will. Da oben ist noch ein Pilz, sehe ich gerade. Ach stimmt, wir waren jetzt auch noch gar nicht im Wald und nichts, ne? Ach Gott. Das ist, das hat mich jetzt alles total durcheinander gebracht hier. Das nächste Mal, wenn wieder sowas ist, glaube ich, dann lese ich das am besten nicht. Sondern kümmer mich erstmal um die Sachen, die ich noch morgens hier machen muss. Von Kohlsuppe. Ja, ob ich das gut finden soll, weiß ich nicht, weil Kohlsuppe hört sich nicht so lecker an. Aber das ist natürlich gut, wenn wir generell Rezepte sammeln. Und Manapua, das ist eine Schweineteigtasche. Da soll mal einer drauf kommen. Okay. Dann hätte ich theoretisch, würde mir jetzt noch eins fehlen. Zum Ausbuddeln. Aber hier oben ist keins mehr. Schauen wir unten nochmal kurz nach. Pflanzen habe ich auch schon länger nicht mehr bekommen. Ah ja, hier ist direkt beides. Eine Pflanze und einmal was zum Auskramen. Sehr schön. Da kommt Freude auf. Da kommt dreifache Freude auf. Fenchelsalat können wir jetzt herstellen. Sehr geil. Heute ist wirklich wieder Tag der Rezepte. Sehr cool. Ich muss nochmal kurz gucken. Das war Bringe. Die Regen. Achso, zum Hexenzirkel. Okay. Stimmt. Wir müssen ja sowieso erstmal wissen, was wir damit machen sollen. Also, das haben wir schon mal fertiggestellt. Dann würde ich sagen, den schnappen wir uns noch. Ich weiß, zwischendurch war auch noch einer. Den habe ich jetzt vergessen. Aber wenn ich jetzt wieder da reingehe, dann ist das sowieso wieder was ganz anderes. Also, von daher ist es eh egal. Ja, tagsüber. Wir können jetzt eigentlich gar nichts mehr so großartig machen, wenn ich so darüber nachdenke. Beschwörungszauber und so weiter haben wir ja sowas auch alles. Zumindest die, die wir jetzt brauchen. Ich schätze, dass das heute tatsächlich eine relativ kurze Folge wird. Gut, wir müssten jetzt hier nochmal kurz. Och, jetzt haben wir hier schon wieder einen Fisch. Den müssen wir noch mitnehmen, weil wir haben ja schon gelernt, dass wenn wir in die andere Abteilung, wollte ich gerade sagen. In die andere, ja, Realität, sage ich mal. Reisen. Zu unseren Feenfreunden und so. Dass das sich dann wieder ändert, wenn wir wieder zurückkommen. Und wenn da jetzt gerade ein großer Fisch drin ist, ist es natürlich ganz gut. Der ist eh nicht da, aber da oben können wir noch gucken. Die anderen müssten jetzt eigentlich da sein, wenn ihr frei habt. So. Ja, dazu müsste ich wahrscheinlich aber die Schuhe ausziehen. Aber gut, ich weiß schon, was sie meint. Gehen wir hier nochmal schnell rein? Das Giva-Women in the Mountain isn't half bad. She spotted me hanging out with the Foxes and waved instead of shouting hello. I appreciate her not scaring my friends off. Okay. Dann besuchen wir nochmal die Goblin-Dame. Oder, ja, Goblin war es, ne? Die hat auch keine einzige Quests für mich irgendwie, ne? Obwohl die anderen haben auch keine. Okay. Okay. I'm raring to start on your broom. So you're the one who makes everyone's brooms? Oh, I don't make. I bond and balance them. Brooms are bonded to the witch. And they're often passed down family lines. You'll be using Hazel's old broom. But we gotta make sure it's balanced for you. Don't want you sliding off the back in midair. Whoa! Ist das nicht falsch? Nee, finde ich nicht. Weil es ist halt ein Erbstück, ne? Ja, geil. Okay, gerade noch davon gesprochen. Moment, den Besen. Hazel's Besen. Kann ich den denn einsammeln? Gerade noch davon gesprochen. Und schon kriegen wir eine Quest mit ihr. Besen können nicht nur kehren. Sammle die benötigten Gegenstände, um den Besen zu verzaubern. Also wir brauchen den Besen selber. Und wir brauchen etwas Silberessenz. Ich glaube sogar, da ich nochmal in der Höhle war, dass wir theoretisch genug Silberessenz haben. Ich würde gerne den Fisch nochmal kurz mitnehmen. Es wird heute wieder so ein halbes Angelvideo, habe ich so das Gefühl. Wobei, ich habe schon einiges rausgeschnitten. Wobei, so viel Fisch konnte ich da leider nicht angeln in der Zeit. Weil die irgendwie nicht kommen wollten. Also die großen Fische. So, komm, beeil dich. Ich würde das ja gerne mal ausprobieren mit der Katze. Nicht ganz ehrlich. Weil die ja auch gesagt haben, die kann auch irgendwie Fisch fangen oder so. Ach, wir haben hier noch gar nichts. Oh, Leute. Sagt doch, dass ich euch noch nicht gefüttert habe. Heieiei. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man die nicht füttert. Ob die dann irgendwie eingehen. So wie die Kuh. Die wir vor einigen Folgen mal retten mussten quasi. Oder ob das nicht ganz so schlimm ist. Vielleicht, wenn man es einmal vergisst. Oder, naja. Ob es halt eben diese dramatischen Folgen hat. Weil man es tatsächlich nur einmal vergessen hat. Das wäre doof. Oder ob es sich vielleicht gar nichts tut. Aber das würde ich, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Weil wir hatten ja, wie gesagt, die Quest. Und da wurde das ja sozusagen schon so ein bisschen präsentiert. So nach dem Motto, wenn du dich nicht um deine Tiere kümmerst, dann passiert das und das. Deswegen denke ich mal schon, dass man dann irgendwie einen Trank braucht oder so. Wenn man natürlich jetzt so viele Hühner hat. Und dann noch so viel Vieh noch dazu. Von wegen Vieh. Kikere Vieh haben wir gerade. Ähm. Ja, dann weiß ich halt nicht. Ob man das dann noch machen kann. Weil da braucht es... Jedes Mal braucht man ja dieses Haar von dem einen. Das ist ja auch, glaube ich, nicht so günstig gewesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist halt ein bisschen blöd. So, mal schauen. Ich wollte gerade sagen, dreh dich um. Ich wollte hier gerade... ...füttern. Nicht rauslaufen, Kleines. Du bist auch gleich dran. Ich habe gesagt, nicht rauslaufen. Dann bleib doch hier. So. Da sieht man mal so richtig den Unterschied zwischen dem großen und dem ganz kleinen Schaf hier. Das Kleine wird jetzt gerade von der Kuh überrannt. Das finde ich aber nicht nett, Butterblume. So. Kriegst du auch was zu fressen. Und dann haben wir dich mal ein bisschen lieb. Kleine Streichel einhalten. Na? Und dann kommt die Kuh dran. Ich bin mal gespannt. Theoretischerweise müsste ich dir heute wieder dreimal Milch geben. Wenn ich das sage, wahrscheinlich wieder nicht. Bei meinem Glück. Ja, doch. Dreimal Milch. Cool. Ja, das finde ich richtig geil. Dass sich das vor allen Dingen auch so ein bisschen staffelt und so. Das finde ich richtig klasse. Weil, ne? Es lohnt sich dann ja auch... Also es lohnt sich schon, aber man muss halt dann nicht unbedingt mehr als eine Kuh holen. Sag mal, wollt ihr mich veräppeln hier oben? Wird das jetzt so ein Dauerbrenner oder so? Dass jetzt jedes Mal hier wieder ein neuer großer Fisch reinkommt? Oder wie verstehe ich das jetzt? So, wir müssen den Besen noch holen. Das darf ich nicht vergessen. Weil wenn ich jetzt gerade hier so schön am Angeln bin, vergesse ich nachher, was wir eigentlich machen müssen. Den Besen und... Nicht Eisen-Essenz, ähm... Ähm, ähm, Silber-Essenz war es, glaube ich. Müssen wir da noch machen. Haben wir das jetzt endlich mal... Doch, die hatten wir jetzt ab... Weggenommen, ne? Genau. Okay. Ja, jetzt können wir den Besen nehmen. Ah. Okay, perfekt. So, damit ich jetzt nichts falsch mache, es war Silber-Essenz, ne? Ja. Weil das ist doch viel zu teuer, als dass man da jetzt was falsch machen konnte. Und ich hab noch welche. Sehr schön. Dafür brauche ich allerdings acht Stunden. Es wäre da mitten in der Nacht, das ist doof. Dann können wir das erst am nächsten Tag quasi machen. Ist aber nicht so schlimm. Moment, wir können doch mal Fischstäbchen machen. Ähm, wenn ich denn da oben... Beziehungsweise da unten. Ja, zwölf Fischstäbchen haben wir wieder. Sehr schön. Haben wir wieder gut Geld. Haben wir noch irgendwas? Wir müssen nicht mehr mit den Leuten reden. Müssen wir heute... Ja, doch, wir müssen... Oh, ja, wir müssen den Tag noch beenden. Hier hab ich ja schon alles nachgeguckt, ne? Mit dir hab ich ja schon... Äh, drüben gesprochen, genau. Ja, ich würd sagen, ich beende dann mal eben schnell den Tag. Die haben auch alle keine Lust mehr zu arbeiten. Machen jetzt alle auch schon wieder Feierabend. Hab ich mit dir gesprochen? Warst du auch in dem Zentrum? Ne. Hm, das glaub ich. Ja gut, was heißt neue Bekanntschaft? Sie ist doch schon meine beste Freundin. Ach, aber mit ihm können wir nochmal kurz sprechen. Der ist noch nicht voll aufgelevelt. Kai ist always leaving for something new. I want to too, but I'm not sure what I should be looking for. Ja, ich weiß das ganz genau. So, haben wir mit Parker? Ne, Parker ist sowieso zu. Okay. Ja, dann werd ich hier die Zeit mal ein bisschen vorspulen. Das, denk ich mal, ist zu früh. Genau. Werd ich die Zeit ein bisschen vorspulen, sodass wir dann nochmal mit dem Hexenzirkel wegen der Regenformel sprechen können. Bis gleich. Und jetzt ist es soweit. Ich bin wirklich mal gespannt, was jetzt passiert. Da kommen sie gerade alle angeflogen. Ich find das so geil irgendwie. Okay, wir reden jetzt erstmal mit den anderen. Ich glaub, es weiß nicht, dass da was dazu kommt. Ja, weil sie dir selber helfen kann, würde ich mal vermuten. So, wir müssen wieder ein bisschen was auffüllen. Das ist natürlich nicht so viel. Was ist mit Erdnüssen? Die bringen auch nicht so viel. Die Pilze bringen auch nicht viel. Also da kann man eigentlich nur noch die Blumen nehmen, würde ich sagen. Aber die bringen halt sehr viel. Deswegen, ja, sonst nehmen wir ein paar von den Blaubeeren. Ne, fünf reichen, so. So, da müssen wir mit ihr noch sprechen. Und mit ihr. Wieso haben wir jetzt die beiden drin? Ja, ich bin mir nicht sicher. Also sie wollte das ja eigentlich machen. Oh Gott. Ich würde sagen, wir machen erstmal das mit dem Regenzauber. Okay. Ja, ja, ja. Ist okay. Ist okay. Dann machen wir das. Äh. Aber wie? Wo? Wann? Ach so! Ach, nein. Ich bin so doof. Ne. Moment. Ich hab den doch. Hä? Dann. Machen wir das mal. Tiergestalt. Zack. Benutzen. Warum musste ich mich jetzt dafür verkleiden? Was soll denn der Quatsch? Die Summon Reign incantation ist sinnvoll, aber bald sogar die resources you need for it will stop replenishing. Wenn du hast du die Tasche, du musst in der Sommer, ich sage, dass du sie in der Sommer wiederholen kannst. Wir müssen den Seasonen jetzt bald wiederholen. Hier ist die Fall Ritual Incantation. Du hast es, eine Ruby, die du kannst, viel deeper in die Mine gehen. Die Gem die Du brauchen wird sogar deeper in die Mine, denn die Upper Levels wurden seit Jahren verletzt. Die Key zu den Deepest Levels wurde lange vor, bevor die Mine closed. Aber ich habe eine Summoning Spelle, um es zu rettriebe. Du kannst jetzt auf die Mine gehen. Du solltest jetzt in die Mine beherren. Okay, Geisterflämme brauche ich wieder und Herbstritual-Zauberformel. Frage die Einwohner von Fairhaven, wie es ihnen mit dem Regen geht. Okay. Boah, ich bin gerade total aufgeregt hier. Aber wir haben ja trotzdem noch die Sache mit ihr. Es tut mir nicht leid. Nö, eigentlich nicht. Aber du bist auch richtig. Wir haben zu viel Glauben. Aber wir können nicht mehr Glauben sein. Die Wellspring braucht ein Wettbewerb. Hier, hier! Ich habe Angst, dass du mich aus dem Coven fiel. Natürlich nicht. Wir können nicht aufhören, oder wir werden nicht zu starken, um die Zeiten zu verabschieden. Also, wir sind auch sehr stolz, ihr beide. Ja, mit ihm haben wir noch nicht gesprochen, ne? Ja, mit ihm haben wir noch nicht gesprochen, ne? Ja, mit ihm haben wir noch nicht gesprochen, ne? Ja, zum Beispiel. Du bist jetzt, um eine weitere Frage zu fragen. Ich... Sie hat aber keine dumme Frage gestellt. Sie hat jetzt gar keine Frage mehr gestellt. Na gut, ich mache mich jetzt mal auf ins Bettchen. Da sehen wir uns gleich wieder. Und ja, wir gucken dann morgen mal, also am nächsten Tag, was das mit der Mine auf sich hat. Und da war noch irgendwas anderes, was ich jetzt wieder vergessen hatte. Achso, die Beschwörung, genau. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Oh, should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren. Und ja, abaka, und auf канале. Vielen Dank.